SDG 3. 3. 5. Händchen! 5. Ihr hört mit, ich bin der Artikel in allen eurer Taten und Gedanken. Folgt mir, hätte eure Nachte Durst, eure Ehe zu uns stehen und eure Keim. Ich werde euch davon freuen, trinkt mir vor, legt nicht ein einziges Mal Hör auf von mir, denn ich bin die Zukunft.